Servus. Heute reden wir mal über ominöse Jobangebote. Immer mehr Menschen, die flexible Arbeitsmöglichkeiten suchen, werden von vermeintlich lukrativen Jobangeboten im Internet angezogen. Doch Vorsicht ist geboten. Hinter manchen verlockenden Angeboten stecken betrügerische Absichten. Gewarnt wird vor Ausschreibungen, mit denen kriminelle ahnungslose Menschen auf betrügerischen Webseiten ausnutzen. Das schauen wir uns nach dem Intro genauer an. Die Versprechen klingen verlockend. Seien Sie Ihr eigener Chef und verdienen Sie bis zu 1260 Euro pro Woche. Diese vermeintlichen Traumjobs erfordern oft wenig Qualifikation und Erfahrung, versprechen aber hohe Gehälter. Und das alles bequem von zu Hause aus. Doch sobald ein Jobangebot zu gut klingt, um wahr zu sein, sollten die Alarmglocken läuten. Kriminelle nutzen solche unrealistischen Angebote gezielt, um gutgläubige Menschen zu ködern und ihnen Daten und Geld zu stehlen. Sobald du auf ein solches betrügerisches Angebot eingehst, sollst du ein Konto bei einer Kryptoplattform eröffnen. Möglicherweise wird dir erklärt, dass dies notwendig ist, um deinen Lohn zu erhalten. Hier beginnt der Betrug. Du wirst aufgefordert, große Geldbeträge in Kryptowährungen zu investieren, bevor du dein Gehalt erhältst. Dies ist ein klares Anzeichen für Betrug. Seriöse Arbeitgeber werden niemals verlangen, dass du zuerst selbst Geld bezahlst, um dein verdientes Geld zu erhalten. Faszinierend. Falls du bereits auf die betrügerischen Machenschaften dieser Websites hereingefallen bist, ist es wichtig, angemessen zu handeln. Wenn du dich auf diesen Plattformen bereits registriert und vielleicht sogar schon die ersten Aufgaben erledigt hast, rate ich dir dringend, dich sofort zu distanzieren und keine weiteren Aufgaben mehr zu erledigen. Diese betrügerischen Websites werden dich weiter ausnutzen und möglicherweise noch mehr Geld von dir verlangen. Wenn du bereits Zahlungen an diese betrügerischen Plattformen geleistet hast und nun auf den versprochenen Lohn wartest, ist es an der Zeit zu handeln. Ich rate dir dringend, Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Es ist unwahrscheinlich, dass du jemals die versprochenen Beträge erhältst und deine Zahlungen landen direkt in den Taschen der Kriminellen. Sie werden versuchen, dich so lange zur Zahlung aufzufordern, bis du den Kontakt abbrichst. Indem du Anzeige erstattest, hilfst du, diesen Kriminellen das Handwerk zu legen und andere potenzielle Opfer zu schützen. Das Fazit Die vermeintlichen Traumjobs, die auf verschiedenen Webseiten angeboten werden, sind oft nur Köder für betrügerische Absichten. Kriminelle nutzen den Wunsch nach schnellem Geld, um gutgläubige Menschen auszunutzen und ihnen Geld und persönliche Daten zu stehlen. Sei immer skeptisch, wenn dir ein Jobangebot zu gut erscheint, um wahr zu sein, und recherchiere genau, bevor du dich darauf einlässt. Bleibe wachsam und schütze dich vor betrügerischen Online-Jobangeboten. Ich danke dir jetzt fürs Zusehen und würde mich tatsächlich noch über ein Like und ein Abo mit Glocke freuen und sage Servus bis zum nächsten Video.